Das würde ich auch behaupten. Bin ich draufgekommen. Ich bin fast an Fallstand gestorben. Sind aber nur 3. Macht nix, reicht für ein Schwert. Es reicht für ein Diamanteimer. Genau. Ich baume erst mal einen Diamanteimer. Das bin ich wert. Scheiße Alter, ich brenne. Was brauche ich in einem Eimer, wenn ich dir auch so einen Korb geben kann? Im Knie und im Kopf. Was ist schlimmer? Wo ist Wasser? Da ist Wasser. Gebrannt, okay. Ich habe einen Pfeil im Knie und einen im Kopf. Was ist schlimmer? Ähm. Der im Knie, genau. Jetzt kann ich kein Abenteurer mehr sein. Ach ja. Recht ist er, wirst du sind Skyrim. Wegen Arrow in den Knee? Ja. Ach. Das haben wir noch alle sofort erkannt. Jetzt. O. Hoffe ich. Das Skelett. Alter, wenn du jetzt verreckst, ey. Nein, ich verreck doch nicht. Höhö, pff. Was denkst du von mir? Ich überleb ja sonst alles. Außer, dass du jemandem Schweine töten. Ich würde dich niemals schlagen, weißt du? Ich bin voll der Ehrenhafte. Ich würde niemals dich schlagen. Man schlägt keine Frauen. Deswegen, Nils, wirst du auch nie geschlagen, oder? Ihr verkennt einfach meinen Genie. Du bist eben Pepp. Boah, Alter, ich bin so der Fortgeschrittene. Ihr seid so unterbelichtet im Vergleich zu mir. Ich mache eine Stein-Quarrie, also wer aus der Gegend hat, dein Pech. Ich hätte gerade den schwertesten Witz der Welt liefern können, aber ich glaube, das wäre gerade echt zu hart für YouTube gewesen. Für YouTube ist nie was zu hart, da gibt es sogar Pornos. Nee, Alter, den bringe ich jetzt nicht. Ich würde ihn rauspiepen, wahrscheinlich. Alter, Alter, lege, 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 lege. Ui, bei mir hängen ein paar Sachen, ich schließe mal ein paar Sachen. Das schließe ich. Na ja, mein Ramm ist jetzt zu einem Drittel nur noch gefüllt von viel. Ich schließe mal ein paar Sachen. Das schließe ich und das schließe ich nicht. Fertig. So, kaputt machen. Alter, der leckt bei mir. Alter, die Map ist so scheiße. Du bist scheiße. Ha, ah, dis. Richtig harter Dis, oh, Alter, jetzt musst du suchen. Dis in Japan. Was macht der Creeper hier? Chillen. Nimm mal eine Chill-Pil. Kommt mir ein Fluss, äh, so ein Unterwasserfluss, ein Creeper entgegen. Ach, ich sollte die Helligkeit hoch machen, ne? Die ist bei mir auf 50%. Was sind das für behinderte Bäume, meine Fresse? Ne, ist sie nicht, ist auf Hell. Das sind Akazien. Das sind schöne, luftige Bäumchen. Ich baue mir so eine kleine Minibehausung. Was ist aus den guten alten Minecraft geworden? Ähm, ein Pferde-Update. Jetzt kommt dann. Beste Beispiel. Was will das Skelett? Ähm, dir den Pfeil geben? Was macht die Blume unter der Erde? Alter, was stellst du so schwere Fragen? Was macht der Enderman neben mir? Frag gleich nach dem Sinn des Lebens. Oder noch besser, frag doch gleich, Moment, Moment, Moment. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt da eine Blume rum? Geil, da schlau es wieder rein. Ja, da klauen wir doch. Einen klingt besser für einen Enderman, glaube ich, oder? Ach, 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 ich bin so lustig. Boah, du bist voll der Babo. Bitte kommen wir nicht mit Babos. Babo, Babo. Immer wenn ich das Wort Babo höre, muss ich sofort an die Zwergschabos im Berliner Zoo denken. Zwergschabos? Ja, es gibt wirklich, es ist eine Vogelgattung. Ach, so einen habe ich auch in der Klasse. Der Name passt da so gut, Zwergschabos. Was machen zwei Zombies auch mal hier? Warten drauf, dass du ihn einbläst. Das hat sich gerade echt so angehört, wie eine Einleitung für einen Film. Vier Zombies. Oh, ihr zwei Zombies mit einem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Soll ich weiter singen? Gib dir gleich mal was. Das meint sich auch noch. Happy auch so geil zu stöhnen. Krieg ich ein Steiner von. Stand up time. Stand up time. Warum? Zum Sinne, zum Zwecke der Welt. Ein Held. Hör auf. Hey, ich sehe einen Namen von irgendwem. Recht? Bist du in der Höhle? Ja. Okay, dann siehst du höchstwahrscheinlich meiner, wenn der schön lange ist. Soll ich mich mal umgucken? Ja, das ist dein Name. Ich gehe mal, ich buddel mal in deine Richtung. Ja, pass auf, wir sind ein paar Skelette. Ja, ich strip mich gerade in eine Höhle rein, weil ich halt eine Höhle finden will. What the fuck? Was ist bei euch? Was ist bei der Party? Ah, eine Höhle. Alter. Welche Höhe? 18. Alter, wie tief bin ich schon gesunken. Wenn du stirbst? Ja, kann ich. Plötzlich kommt so ein Scheiß-Zombie. Ja, warte mal kurz. Bauen wir, äh, bauen wir zu dir hoch. Hoch? Oh, hi. Hi. Ganz ehrlich, was willst du? Was willst du? Ein Creeper. Uh, da ist eine... Nimm alles Eisen mit, ne, Peppy. Ja, ich guck erst mal voraus. So, meine Wohnung ist halbwegs eingerichtet. Ja, ich... äh, sicher vorne erst ab, bevor ich hinten was abbaue. Kann ja irgendwas den Gang lang kommen. Hi, Son Goku. Ach, das geht heute auch. Äh, hier ist eine dicke Halle. Ja, 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 ich... Ja, 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 ich... Ich komme jetzt wieder zurück. Ja, da. Ja, lass mal erst mal was Eisen mitnehmen. Ich baue mich irgendwie random in meiner Wohnung irgendwo rein und schon finde ich Kohle. Da ist ein Zombie... Alter, das ist eine Höhle. Äh, das heißt... Ja, da ist eine Höhle, ne? Bester Spruch von mir im... Äh, während ich hier unten bin. Kommt um das Skelett. Äh, ne richtig geile, fette Halle. Ich glaube, Diamanten. Eine Höhle in Minecraft, der Wahnsinn. Ja, voll krass, ne? Ja, eine Insel, der... Der Song ist jetzt mittlerweile veraltet, jetzt kommt eine Höhle. Und danach kommt Ich bin ein Monster. Eins, zwei... Und danach kommt Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Drei... Ne, Ich bin ein Monster, jetzt wirklich das Lied. Fünf... Oh mein Gott, Jackpot, Jackpot. Sechs Diamanten gefunden. Ja, dann kannst du uns alles was abgeben. Lass mal überlegen. Ich sag doch, Peppi ist ein Maffacker. Ja, was sind für Noobs? Lass mal überlegen, wir brauchen jetzt... Machst du keine? Finde ich gut. Eine Spitzhacke sind drei. Ein Tisch sind zwei. Was brauchen wir noch? Ein Tisch? Zaubertisch. Achso. Ein, ähm... Genau, ein Schwert sind nochmal zwei. Dann sind wir ja schon bei sieben. Nein, ich hab zwei Diamanten zu verschenken. Jungs, wo haben sich eigentlich die anderen angesiedelt? Weiß ich nicht. Weiß nicht, aber wir haben uns schon wieder extrem aufgeteilt. Das, was ich verhindern wollte. Ja, Pech. Scheiße gelaufen. It happens. Scheiße gelaufen. Ach, das Niveau hebt sich nicht gerade. Also meines Erachtens nach, äh, sollte es sich auch nicht weiter steigern. Oh, fuck. Meines Erachtens nach bleibt sich nur eine Frage... Alter, let mir euch die Höhle auch irgendwie nicht gescheit nach. Also, auf Entfernung. Mir bleibt sich nur noch eine Frage zu stellen. Welches Niveau? Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Oh, haben sie nur dieses Niveau her gefunden auf auto.de? Oh, nee, Alter. Jetzt, jetzt ist es im Arsch. Ebay, meine Damen und Herren. Oh, ich hab einen gefunden. Ich hab einen gefunden. Laser ist am Spawn und Farmt. Ist Laser jetzt eigentlich bei irgendeiner Gruppe? Ja, mit Julian. Voll Laser, wie du abgehst. Oh, bitte komm nicht mit diesem Spruch daher. Das war... Wer hat einen Schlimmeren, okay? ...In Insider für Abschluss-T-Shirt. Hi, unsichtbarer. Nils. Du bist, was Son Goku hat. Du musst nicht so schnell agieren. Also, wenn du bei mir aufgetaucht wärst, hätte ich gesagt, Highcrack-Nutte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle mich jetzt über ihn mit meinem Schwert. Warum bist du denn unsichtbar? Nein, bin ich gar nicht, ich sehe mich zu nicht. Irgendwo ist jetzt... Irgendwas Interessantes? Nee, nee, ich... Du hörst einen Zombiespawner oder sowas, ne? Nee, ein Babyzombies hier. Hab ich auch schon gesehen. Lauf dir gerade zusammen rum oder was ist los? Äh, ja, wir erkunden gerade zusammen so eine Mine. Nix. Achso. Er ist zum... Moment, hier können wir noch... Ich find's ja lustig, ich werd die ganze Zeit angeschrieben. Pardon? Leuten. Alter, bist voll cool. Mich schreiben nur Tiere an. Oh, der hat ein Eisenschwert. Ich lass dich das mal machen, ne? Ah, ich brauch noch Holz. Es führt... Oh. Führst du nix? Wie viel das gläte Wannen ist? Eins, aber... Wir müssen's locken. Ich seh's nicht. Oh. Hab's. Joa, deswegen seh ich's wohl nicht. Hast du F3 an? Ähm... Ja, aber damit seh ich ja keine Viecher, sondern ich seh nur, wie tief wir sind. What? Na, Laser? Nö. Oh, Alter, Dario. Oh, was will der denn hier? Oh, Alter. Jetzt sind wir plötzlich zu fünft. Äh, hm, 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 hm. Nicht zu laut? Ja. Ja, ein bisschen. Äh, warte mal. Wir drehen uns im Kreis, lass mal den Weg zurückzufinden. Wir müssen den Weg zurück mal finden. So, ich hab da auch mal zu Blacky geschickt, ähm. Weil die zusammenbauen wollten womöglich. Ich such mal den Weg wieder zu... Ah, hier ging's lang. Mach nach oben, würde ich sagen. Ich glaube, ich hab's am weitesten geschafft bisher. Ich hatte ein Haus. Und ein Bett. Wow. Hier, halt, halt, halt. Dreh dich um. Da lang? Ah. Mhm. Oh. Und dann bist du... Ah, genau. Du bist hierher gekommen. Ähm, ich weiß nicht, bin ich mitgegangen? Äh. Ich geh mal ganz schnell zum Blacky runter. Ja, ja, mach das. Ja. So muss ein Aufnahme laufen, ne? Ja, alle teilen sich auf. Immer wieder. Ja, nach und nach immer wieder mittendrin. Ah. Hier hast du einen Gang gebaut. Genau. Hier hast du dich hoch gebaut. Und wir brauchen nur einen ausgeprägten Koordinationssinn. User join your channel. Ihr wollt mich nicht haben. Verschle, du Spacken, oder was haben wir gesagt? Ja, ungefähr so bestimmt. Und da ist Dario. Äh. Pfff. Erster Amtshandlung. Da. Ja, es ist Nacht. Wer zu spät kommt, dann muss er mit Nacht leben. Dein Nacht leben soll. Dieses Spiel. Willst du nicht, dass es lädt? Nils, ein kleiner Tipp von mir, ne? Wenn ein Creeper vor dir steht. Ich hab ihn ja nicht mal gesehen. Ach so. Und wenn ein Creeper hinter dir steht. Ähm. Fack, 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 fack. Ich mag erstmal voll in die Tiefe knallen. Guck, dass du mit dem Schwert Rechtsklick hältst. Aha. Weil dann zieht er dir echt fast nix mehr. Nur dein Schwert geht halt hart kaputt, aber eher das Schwert als du. Ab in die Wohnung. Ist dann wie dieses eine Ding bei One Piece, was die Power aufsaugt. Äh, nee. Es fängt sie nur ab, wie ein Schwert halt. Höhle, 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 Höhle. Ich will ne Höhle. Peppi, hast du hochgefunden? Ja. Gut. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle. Ah. Höhle, Höhle. Nein, das war nicht komisch. Fest, Konversation, eh bohr. Höhle.